Das einzigste was ich machen werde, ich werde am Wochenende den Kiefer raushauen, ja? Das werde ich oft machen, ich entweder, was? Ist das die Klocke denn, was du gesagt hast? Den Kiefer raushauen? Du wolltest Kiefer raushauen, du wolltest gleichzeitig sagen, du sagst Kiefer raushauen. Mann, Alter! Das ist kein Problem, ich hau auch einen Kiefer raus. Das möchte ich am Wochenende auf jeden Fall machen, wenn ich mir einen Kiefer raushauen. Das ist doch nicht wahr, Alter. Ich hätte das bei drei Mal überleben müssen, ja? Ja, ich muss mir das dennoch mal genau einstellen. Ich merkte, dass es 1 Uhr 29 war. Ja, warte, schreib es auf, warte. 1 Uhr 29, ja? Wollte ich den Kiefer raushauen. Hat es nicht noch jemand anderes aufgehört? Ja, ich muss auch reinpassen, übrigens. Ja, ja. Das ist auch so, so. Das ist auch über... Ich weiß nicht, was ich... Alter! Ich habe erst so kurz überlegt, dass ich... Ja, ja. Ja, ja. Ich werde es verlosen direkt. Okay, wir bleiben raus. Ja, ja. Ja, also guckt am Wochenende mal ein bisschen zu. Genau. Wie ich einen Kiefer raushau. Du musst dann auch am Wochenende in deinem Titel oben reinschreiben. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich muss auch nur zusammenpassen, dann hab ich geile. Ja, ja. Ja, ja. Das ist die besten Besprecher, ey, ey. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.